Vielen Dank an alle, die meinen Kanal abonniert haben. Wenn ihr künftig kein Hörspiel und keine Neuigkeit von mir verpassen wollt, aktiviert gerne auch die Glocke. Ich würde mich freuen. Eure Bibi Blocksberg. Bibi Blocksberg. Langsam wird es mir aber zu dumm. Das ist das dritte Mal, dass du die Hausaufgaben nicht gemacht hast. So geht das nicht weiter. Aber ich musste... Ich hatte so viel zu tun, zu Hause und da... Papa La Papp, ich weiß, was du zu tun hast. Auf deinem fliegenden Besen düst du die ganzen letzten Wochen mit Marita durch die Gegend. Und ihr denkt euch dauernd Schabernack aus. Jawohl, das ist es. Ich bin eben eine Hexe. Und Hexen sind nicht für die Schule geboren. Das Gefühl habe ich schon lange. Hier ist ein Brief für deine Eltern. Sie sollen bitte in die nächste Sprechstunde kommen. Und jetzt setz dich. Joscha, dein Heft bitte. Auweia, das hat gesessen. Ziemlich böse schaut sie aus, die Lehrerin. Und jetzt solltet ihr Bibi mal sehen. Sie hat die Hände vor der Brust verschränkt und macht ein Gesicht, als würde jeden Moment ein Gewitter losbrechen. Also so trotzig wie Bibi schaut nicht so leicht jemand aus. Kein Wunder, kleine Hexen sind nun mal so. Und was alles noch viel schlimmer macht, ist, dass die Lehrerin ja recht hat. Es macht Bibi wirklich viel mehr Spaß, auf ihrem fliegenden Besen Kartoffelbrei herumzubrausen, als über den Matheaufgaben zu sitzen. Gut, dass das die letzte Stunde ist. Bibi hat so schlechte Laune, dass sie niemand mehr sehen will. Keine ihrer Freundinnen. Auch Marita nicht. Hey Bibi, warte. Renn doch nicht so. Lass mich in Ruhe. Bibi, was ist denn los mit dir? Nur weil die Huber dich angepflaumt hat? Wahrscheinlich stehst du auch noch auf ihrer Seite, was? Kann ich mir ja denken. Sie glaubt, ich verführe dich zum Streichespielen. Und du bist mal wieder die Liebe. Ist doch gar nicht wahr. Du bist echt zickig heute. Lass mich in Ruhe, hab ich gesagt. Such dir eine andere Freundin. Darauf kannst du dich verlassen, Bibi Blocksberg. Wir sind die längste Zeitfreundin gewesen. Schöne Freundin sowas. Pah, verschwinde endlich. Bin schon weg, dumme Kuh. Zimzicke. Mit Bibi ist heute wirklich nicht gut Kirschen essen. Ich bin ja gespannt, wie das weitergeht. Ein schwarzer Tag in ihrem Leben. So sieht's jedenfalls bis jetzt aus. Ob sie wohl nach Hause geht. Oder ob sie irgendwo in der Stadt rumbummelt. Nein, sie geht nach Hause. Schließlich muss sie ja doch den Brief der Lehrerin abliefern. Bibi, bist du es? Riech mal. Riecht das nicht lecker? Frisch gekochte rote Grütze. Die Beeren hab ich von Herrn Lustig aus seinem Garten gekriegt. Na, unsere sind ja noch nicht reif. Igitt. Ich hasse rote Grütze. Was ist denn mit dir los? Hier. Für dich. Von deiner geliebten Lehrerin. Was ist das denn für ein Ton, Bibi? Und was ist das für ein Brief? Sie will wohl mit dir plaudern. Sicher ganz gemütlich bei Kaffee und Kuchen. Das sieht mir mehr wie eine Vorladung aus, meine Liebe. Hallo, da bin ich. Ist das nicht toll? Hab den Nachmittag freigekriegt. Endlich kann ich mich um das Hügelbeet kümmern. Ist ja auch schon Zeit. Na nu, was ist denn hier für eine Stimmung? Deine Tochter hat für uns eine Vorladung in die Schule mitgebracht. Aha. Wieder was ausgefressen? Das würde mich nicht wundern. Wer den ganzen Tag auf seinem fliegenden Besen herumschwirrt, der kann ja nur Ärger kriegen. Jetzt habe ich es satt. Endgültig. Ich ziehe aus. Niemand mag mich. Alle sind gemein zu mir. Die Lehrerin, Marita. Und jetzt auch noch ihr. Mir reicht's. Hast du gehört, Barbara? Deine Tochter will ausziehen. Wenn sie sich so blöd benimmt, ist sie eigentlich mehr deine Tochter, Bernhard. Barbara, ich muss schon sehr bitten. Jetzt schiebst du mir die Verantwortung zu, was? Wer ist denn den ganzen Tag zu Hause? Wer sollte sich um Bibi kümmern? Du doch wohl. Und was machst du? Dauernd kochst du deine Hexenrezepte und das Kind verwahrlost. Jawohl. Sag das nicht noch einmal, Bernhard. Nun streiten sich auch noch die Eltern. Aber Bibi kriegt das schon gar nicht mehr mit. Wutschnauben steht sie in ihrem Zimmer und schmeißt alles, was da gerade so herumliegt, in ihren Rucksack. Ein Buch, ihre Zahnbürste, den Schlafanzug, ihren Minikassettenrekorder, die Benjamin-Blümchen-Kassetten, Kaugummis, ein paar Bonbons. Und dann kriecht sie unters Bett, holt Kartoffelbrei ihren fliegenden Besen heraus und macht das Fenster auf. Ene Mene Mai, flieg los, Kartoffelbrei. Los! Was ist? Du bist wohl auch bockig, was? Magst mich auch nicht mehr. Wäre ja auch kein Wunder. Ach, ich habe das Hex-Hex vergessen. Nochmal von vorne. Ene Mene Mai, fliegt los, Kartoffelbrei. Hex-Hex! Bibi! Wo willst du hin? Tschüss! Mich seht ihr nie wieder! Bibi! Komm sofort zurück! Sonst setzt es was! Bibi! Bibi! Immer noch ein finsteres Gesicht. Wo fliegt sie bloß hin? Zu Marita? Nein, bestimmt nicht. Und mit einem Rucksack? Will sie vielleicht in die Berge? Ach, Mensch! Ich bin so sauer! Ich bin so sauer, dass ich platzen könnte! Kartoffelbrei! Gut, dass du wenigstens noch da bist. Aber du kannst ja auch nicht mit mir sprechen. Wo fliege ich denn nur hin? Ach, wo fliege ich denn nur hin? Es ist schrecklich, wenn man so alleine und verlassen auf der Welt ist. Keine Eltern mehr. Keine Freunde. Also, Bibi, übertreib mal nicht. Das ist alles überhaupt nicht wahr. Aber wisst ihr, ich glaube, Bibi tut sich selber gerade so schrecklich leid, da kann man wohl gar nichts machen. Schließlich könnte sie ja einfach umkehren und nach Hause zurückfliegen, ihre rote Grütze essen, ihre Hausaufgaben machen, sich bei Marita entschuldigen. Also, nee. Einfach wegfliegen, das bringt es doch auch nicht. Das ist meine bescheidene Meinung. Naja. Es vergehen zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden. Bibi fliegt noch immer durch die Luft und langsam wird es dunkel. Mh, dauernd so rumfliegen ist ganz schön langweilig. Und dunkel wird es auch schon. Mann, hab ich Kohldampf. Ich muss mir einen Landeplatz suchen und mir dann was zu essen hexen. Da unten. Das sieht nach einer verlassenen Scheune aus. Ob ich die wohl nehme? Ja. Ein Stückchen tiefer. Wir fliegen mal langsam rundherum. Ruckel nicht so, Kartoffelbrei. Da. Guck, was für ein Glück. Das Scheunentor ist offen. Ene mene Brandung, Kartoffelbrei zur Landung. Hex, Hex. Da liegt ja jede Menge Heu. Schön weich zum Schlafen. So. Aua. Das piekt ja. Hey, halt. Wer ist da? Hast du mich erschreckt? Wer, wer bist du? Bist du, du bist doch, du bist doch gerade geflogen, nicht? Auf diesem Wuschel da. Das ist kein Wuschel. Das ist Kartoffelbrei. Kartoffelbrei? Dämlicher Name. Finde ich nicht. Steht ihm gut. Und du? Wohnst du hier? Wohnen? Kann man hier wohnen? Ich wohne nirgends mehr. Ich habe kein Zuhause. Kein Zuhause? Aber das ist ja schrecklich. Das ist ja fürchterlich. Du bist doch höchstens erst acht. Achteinhalb, bitte sehr. Und ich heiße Tommy. Ich bin Bibi Blocksberg. Ich bin eine Hexe. Das habe ich mir gedacht. Aber eigentlich, ich meine, sowas gibt es doch nicht in echt. Nur in Märchen. Kneif mich mal. Fühle ich mich echt an? Aua! Nicht so doll. Ja, ich glaube, du bist echt. Was machst du hier? Ich, äh, ich habe einen Landeplatz gebraucht. Und irgendwo muss ich schließlich auch schlafen, nicht wahr? Dann bist du genau wie ich ohne Zuhause? Naja, ich habe schon eine Wohnung. Aber da wohnen meine blöden Eltern. Und in die blöde Schule will ich auch nicht mehr. Und meine blöde Freundin Marita hat mich geärgert. Und die blöde Lehrerin... Und überhaupt ist alles blöd. Das finde ich auch. Ich habe auch schon ein Zuhause. Und da will ich nicht mehr hin. Da wann soll ich den Mülleimer runtertragen? Ich bin doch kein Sklave. Ich auch nicht. Du, Tommy, hast du eben das Knurren gehört? Ja, und wie. Das war mein Magen. Ich habe tierischen Hunger. Ich auch. Soll ich uns was zu essen, Hexen? Oh ja, kannst du das? Und ob? Was möchtest du denn gern? Also, ähm, am liebsten, äh, Bratkartoffeln und Spiegelei. Ähm, und zu Nacht ist Vanillepudding. Hm, das mag ich auch. Ene, mene, mai, zweimal Bratkartoffeln, zweimal Spiegelei. Und dann noch Pudding, auch für zwei. Hex, hex! Bitte sehr. Guten Appetit. Oh, wenn ich das nicht selber sehen würde. Probier doch mal die Bratkartoffeln. Toll. Schmecken so, wie meine Mami sie immer macht. Echt super. Meine Mami macht die auch immer so toll. Und Papi isst die auch gerne. Ja, Pudding. Wie bei Mami. Puh. Jetzt bin ich voll. Einen richtigen Kugelbauch. Ich auch. Und jetzt möchte ich in mein Bett. In dein Bett? Ja. Am liebsten in mein Bett. Weißt du, ich hab ein rosa Schnuckelkissen. Und mein Teddy, der wartet bestimmt schon auf mich. Tommy, du weinst ja. Ja, weil ich nicht weiß, wohin ich gehen soll. Ich bin doch noch zu klein, um Geld zu verdienen. Und jeden Tag treffe ich auch keine Hexe. Und dann muss ich vielleicht verhungern. Das will ich nicht. Ja, das finde ich ja nicht so schlimm. Ich meine, für mich nicht. Ich könnte mir ja immer genug zu essen Hexen und so. Aber mir fehlt... Ich meine, es ist keiner da, der einen abends zudeckt. Und Mami liest mir manchmal abends noch was vor. Vorm Einschlafen. Und Papi gibt mir dann einen Gute-Nacht-Kuss. Und manchmal kraulen sie mir auch den Rücken. Das finde ich toll. Soll ich dir den Rücken kraulen? Ja, das wäre schön. Mach ich es gut? Toll. Aber du hast so kleine Hände. Papis sind viel größer. Und ganz weich. Weißt du... Niemand auf der ganzen Welt kann so schön Rücken kraulen wie mein Papi. Du, Tommy... Ich hab... Ich bin auf einmal so traurig. Ich auch. Ach komm. Das ist doch Quatsch, was wir da machen. Bestimmt machen sich unsere Eltern Sorgen. Meine bestimmt nicht. Die waren heute ganz gemein zu mir. Nur wegen dem blöden Mülleimer. Ach, das haben die sicher schon wieder vergessen. Die kommen bestimmt halb um vor Angst. Ich weiß was. Komm bitte. Wir fliegen nach Hause. Erstmal zu mir. Meinst du, auf deinem Besen? Ja. Das wird doch toll. Du hast doch sicher noch nie auf einem fliegenden Besen gesessen, was? Nein. Noch nie in meinem ganzen Leben. Äh, wie geht das? So, ich steig schon mal auf. Und du setzt dich hinter mich, wie bei einem Motorrad, weißt du? Und hältst dich an mir fest. So. Und jetzt geht es los. Das Scheunentor ist ja noch offen. Guck, der Mond geht schon auf. Festhalten. Ene, mene, mai. Flieg los, Kartoffelbrei. Hex, hex. Oh, das ist toll. Das ist toll. Hurra, ich fliege, ich fliege. Und jetzt schnell nach Hause. In diese Richtung. Ene, mene, mai. Dreh bei, Kartoffelbrei. Hex, hex. Und schon düsen Bibi und Tommy durch die Nacht. Ein bisschen gespenstisch sieht das ja aus. Zwei Kinder auf einem fliegenden Besen. Im Mondenschein. Aber es ist ja einsam hier draußen. Und niemand bemerkt sie. Und da ist schon das Haus von Familie Blocksberg. In den Fenstern brennt Licht. Guck, sie sind noch auf, Tommy. Hey, schläfst du? Ich bin so müde. Ich auch. Aber wir sind schon da. Ene, mene, Brandung. Fertig seid zur Landung. Hex, hex. Oh, das ist ja ein hübsches Haus. Ja, und der Garten erst. Ich hab da eine richtige Spielhöhle hinten. Komm, wir klingeln. Hoffentlich schimpfen sie nicht. Bibi. Ach, Bibi, meine Kleine. Schätzchen. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Hallo, Mami. Hallo, Papi. Bibi, Gott sei Dank. Ich wollte schon die Polizei anrufen. Ach, ich freu mich, dass meine kleine Hexe wieder da ist. Aber da ist ja noch ein Kind. Wo kommst du denn her? Ich bin Tommy. Ich bin auch ausgerissen. Na, komm mal rein. Ausgerissen. So, so. Und deine Eltern? Die haben sicher Angst, was? Ich glaub schon. Ach, ihr seid reichlich durchgefroren. Ist schon kalt draußen. Mama, macht euch einen heißen Kakao. Und ich ruf mal deine Eltern an. Schreib mir doch mal eure Nummer auf, ja? Danke. Wie heißt du eigentlich? Drexler. Ich bin Thomas Drexler. Hallo. Ja, hier spricht Blocksberg. Ach, Sie haben schon die Polizei verständigt. Nein, ich bin nicht die Polizei. Aber meine Tochter hat Tommy eben mitgebracht. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Aber so hören Sie doch auf zu weinen. Hören Sie, er ist sehr müde. Ich denke, wir stecken ihn erst mal in die Badewanne und dann ins Bett und morgen früh bringen wir ihn vorbei, ja? Gut, gut, Frau Drexler. Wieder hören ja bis morgen. Tommy, ich soll dir sagen, du brauchst dir keine Sorgen zu machen wegen dem Müll runtertragen. Sie haben dich noch lieb. Da, da bin ich aber froh. So, hier ist der Kakao. Und das Badewasser läuft auch schon ein. Ja, und alles ist wieder gut. Bibi liegt in ihrem Bett, wird von Papa in den Schlaf gekrault und Tommy kriegt im Gästebett von Barbara Blocksberg eine Geschichte vorgelesen. Und damit könnte diese Geschichte eigentlich zu Ende sein, nicht wahr? Ist sie aber nicht. Sie fängt erst an. Schließlich sind wir ja mit Bibi Blocksberg zusammen. Und die hat noch vorm Einschlafen eine Idee. Und diese Idee träumt sie sogar. Und mit ihr wacht sie auf. Gut, dass heute Sonneabend ist. Das heißt, keine Schule und ausschlafen. Bibi, na du alte Ausreiserin. Es ist 10 Uhr. Die Sonne lacht. Schön, dass du schon wach bist. Guten Morgen, Bibi. Hallo, Tommy. Hallo, Papi. Morgen, du Sorgenkind. Dein Ei ist noch warm. Setz dich. Ach, ich kann gar nichts essen, glaube ich. Ich habe nämlich eine Idee. Oh, Weier. Bibi hat schon wieder eine Idee. Barbara, setz dich her. Du musst mich unterstützen. Eine typische Bibi Blocksberg-Idee hat was mit Hexen zu tun. Stimmt's? Na, ein bisschen. Ein bisschen. Ich habe mir was überlegt. Gestern, als ich ausgerissen bin, dachte ich, ich bin das einzige Kind auf der Welt, zu dem alle gemein sind und das von zu Hause weg will. Moment, Moment. Also wir waren gar nicht gemein zu dir. Lass, Barbara. Für Bibi waren wir eben gemein. Ich erinnere mich, dass ich früher auch immer gedacht habe, meine Eltern wären gemein zu mir und die ganze Welt gegen mich. Lass sie mal ausreden. Ja, und da habe ich gestern Tommy getroffen. Und der dachte dasselbe. Und bestimmt gibt es in unserer Stadt ganz, ganz viele Kinder, denen es auch so geht. Und wenn sie dann ausreißen, was passiert dann? Na, was soll schon passieren? Sie merken, dass es zu Hause am schönsten ist und kommen wieder. Und was passiert mit den Eltern? Ja, die machen sich erst mal jede Menge Sorgen und kriegen Todesängste. So wie wir gestern. Da denkt man, das Kind ist in den Teich gefallen oder unter das Auto gekommen oder sonst was Schreckliches. Hast du eine Ahnung, was man da plötzlich für furchtbare Fantasien kriegt? Eben. Was heißt eben? Ob meine Eltern sich auch so viele Sorgen gemacht haben? Haben sie. Die haben sogar sofort die Polizei verständigt, weil sie dachten, du hättest dich verlaufen und würdest nie wieder nach Hause zurückfinden. Also, ich meine, auch Kinder sollten mal die Möglichkeit haben, ein, zwei Tage wegzufahren, wenn ihnen einfach alles stinkt. Das finde ich gar nicht. Das ist doch aber ungerecht, Mami. Ich weiß noch, als Papi mal großen Ärger im Büro hatte und ihr euch deswegen dauernd gestritten habt, da hat er gesagt, er muss mal ausspannen. Und dann ist er zwei Tage zum Fischen gefahren. Und du, Mami, als das Haus fertig gebaut war und du total erschöpft warst und es gar nicht mehr aushalten konntest, da bist du zu deiner Freundin Lisa gefahren, damit du mal ein bisschen Abstand von uns kriegst. Weißt du noch? Ja, ja, ich erinnere mich noch. Aber das ist ganz was anderes. Ich weiß nicht. Ich glaube, Bibi hat irgendwie recht. Auch Kinder brauchen mal Abstand. Wie sollen sie denn sonst merken, dass es zu Hause wirklich am schönsten ist? Ja, aber ich verstehe immer noch nicht, worauf du hinaus willst, Bibi. Tommy, weißt du, was ich meine? Kann sein. Du meinst, Kinder brauchen einen Platz, wo sie hin können. Genau. Tommy ist viel klüger als ihr. Kinder können eben leichter begreifen. Erwachsene denken an das. Das ist ja das Traurige. Naja, jedenfalls gibt es doch hinterm Lerchenwald diesen verlassenen Bauernhof. Wisst ihr noch? Den Monis Eltern mal kaufen wollten. Aber er gehört der Stadt und die wollten ihn nicht verkaufen und auch nicht vermieten. Die wollten ihn behalten. Ja, die wollten sich was überlegen. Ein Ferienheim draus machen oder so. Gestern bin ich drüber geflogen. Der verfällt immer mehr. Da ist noch nichts passiert damit. Das wäre doch der ideale Ausreißerbauernhof. Ausreißerbauernhof? Das hört sich toll an. Aber der Hof gehört der Stadt und für so eine Idee sind die sicher nicht zu haben. Wer weiß, wer weiß. Ich will auf jeden Fall mal mit dem Bürgermeister reden. Mit dem Bürgermeister reden. Das kann Jahre dauern. Der musste erst einen Termin kriegen und dann... Lass mich nur machen. Ich gehe jetzt jedenfalls sofort. Du willst doch nicht schon wieder ausreißen, Bibi. Nein, nein. Ich will zum Bürgermeister. Ja, aber heute ist doch Sonnabend. Bürgermeister haben viel zu tun. Wetten, dass er im Rathaus ist? Ich will es jedenfalls probieren. Aber ich, ich würde gerne nach Hause, glaube ich. Mein Gott, Tommy. Ja, natürlich. Haben wir deinen Eltern doch versprochen. Soll ich ihn auf meinem Besen Baldrian nach Hause fliegen? Nein, nein. Dreimal nein. Nein, wir nehmen das Auto. Wir sind ganz normale Leute. Ich würde aber lieber fliegen. Was das für einen Eindruck machen würde bei deinen Eltern. Nein, nein, wir fahren. Tschüss, Bibi. Und wir sehen uns auf dem Ausreißerbauernhof wieder? Ja? Klar. Tut ja so, als hätte das alles schon geklappt. Was Bibi plant, ist schon so gut wie erledigt. Tschüss, Tommy. Tschüss, Mami. Tschüss, Papi. Ene, mene, mai. Flieg los, Kartoffelbrei. Hex, hex. Bibi, halt. Weg ist sie. So ein Teufelsbraten. Hat nicht mal ihr Ei aufgegessen. Und während Bernhard Blocksberg Tommy nach Hause fährt, fliegt Bibi in die Stadt. Auf direktem Weg zum Rathaus. Ob der Bürgermeister wirklich da ist? Da bin ich ja gespannt. Oh, da sehe ich ihn schon. Er sitzt in seinem großen Büro im Rathaus über viele verschiedene Aktenordner gleichzeitig gebeugt. Und weil es draußen schön warm ist, hat er die Fenster weit geöffnet. Wo hab ich bloß das Gutachten für die geplante Stadtautobahn? Autobahn, das müsste doch hier. Nein, auch nicht. Ach, was ist denn das schon wieder? Eine Baubewilligung für ein 30-stöckiges Hochhaus im Erholungsgebiet. Gleich ein Stempel drauf. Abgelehnt. So. Was war denn das? Ist da eben ein Riesenvogel vorbeigeflogen? Der Bundesadler vielleicht? Echt? Vor so viel Arbeit wäre ich doch verrückt, ehrlich. Hilfe! Oh! Ein Überfall! Einen schönen guten Morgen, Herr Bürgermeister. Das ist doch... Kannst du denn nicht durch die Tür kommen? Und bist du überhaupt angemeldet? Und wieso hat die Putzfrau ihren Besen hier gelassen? Hey! Jetzt dämmert es mir. Dich kenne ich doch. Dich kenne ich doch. Bist du nicht diese... diese kleine Hexe, Bibi Blumsberg, oder so ähnlich? Bibi Blocksberg. Ganz einfach. Blocksberg. Wie der Hexenberg. Erinnern Sie sich nicht mehr? Klari, weißi, ichi, nochi. Als du mir noch diesen Sprachfehler angehext hast. Mit dieser Zauberlimonade. Kleine Hexidui. Wo habe ich denn die Akte Blocksberg? Hier. Siehst du? Einmal finde ich was auf Anheb. Ist das hier ein Wunder? Blocksberg, Bibi, kleine Hexe. Etliche Strafanzeigen wegen Glasbruch, durch zu schnelles Vorbeifliegen, Sachbeschädigung, Leute erschrecken. Aber alles wieder heilgehext. Mich auch, als ich krank war. Muss aber überprüft werden, ob Hexen Flugscheine brauchen. Aha. Nein, nicht heute. Also gut, warum kommst du? Wegen dem Haus hinterm Lerchenwald. Lerchenwald, Lerchenwald, Lerchenwald. Ist das nicht dieser schrottreife Bauernhof, wo der Wind durch die kaputten Fenster und Dachziegel pfeift? Mhm. Ja, da habe ich vor, eine Abrissgenehmigung zu erteilen. Nein, bitte nicht. Ich könnte ihn gut gebrauchen. Du? Gebrauchen? Das ist doch lächerlich. Und außerdem unmöglich. Ich darf den nicht verschenken. Der gehört der Gemeinde. Nicht verschenken, aber abreißen, was? Ich habe eine ganz tolle Idee. Wirklich. Hör mal, der wird abgerissen. Punkt. Schluss. Basta. Aus. Herr Bürgermeister, als Sie ein kleiner Junge waren, Sie... Ich war nie ein kleiner Junge. Ich bin schon als Bürgermeister geboren. Na gut, ich gebe es zu. War auch mal ein kleiner Junge. Und? Sind Sie da einmal von zu Hause ausgerissen? Ausgerissen? Abgehauen? Also hör mal, eine Unverschämtheit. Abverschämtheit. Ein Bürgermeister reißt doch nicht aus. Aber kleine Jungs und kleine Mädchen. Naja, eigentlich doch einmal. Haha, das waren noch Zeiten. Meine Tante Josefine hatte mich bis aufs Blut geärgert, weil sie unbedingt wollte, dass ich wollende Unterhosen anziehe. Das war damals so üblich, weißt du? Und die Dinger kratzten und kratzten. Ich habe das nicht ausgehalten. Und da habe ich eines Nachts... Da haben Sie eines Nachts Ihre Sachen gepackt und sind einfach in die weite Welt gegangen, nicht wahr? Ja. Woher weißt du das? Aber weit bin ich nicht gekommen. Eine Nacht habe ich in einer eiskalten Garage geschlafen und dann habe ich schreckliches Heimweh gekriegt nach Tante Josefine und... Ja, am nächsten Morgen bin ich nach Hause. Und Tante Josefine? Oh ja, der ging es schlecht. Die war halb krank vor Angst. Nein, kann es mir bis heute nicht verzeihen, dass ich ihr so viel Kummer gemacht habe in jener Nacht. Gott hab sie selig. Verzeih mir Tantchen. Doch nachträglich. Aha. Und immer noch gibt es viele Kinder, die ausreißen. So wie früher. Und die Eltern und Josefinentanten machen sich schreckliche Sorgen. Herr Bürgermeister, wollen Sie, dass Ihre Bürger sich Sorgen machen? Nein, selbstverständlich nicht. Sollen die Kinder eben zu Hause bleiben? Zu Hause ist es sowieso am schönsten. Aber manchmal muss man einfach weg, damit man das auch weiß. Und deswegen brauche ich ganz dringend einen Ausreißerbauernhof. Wie bitte? Ja, einen Ausreißerbauernhof. Ist doch ganz einfach. Das verstehe ich nicht. Wieso denn? Wozu denn? Ach, Herr Bürgermeister, Sie sind schwer von Begriff. Wie redest du denn mit mir? Na, ist doch wahr. Erwachsene kapieren alles so langsam. Puh, schlau. Also, wenn es den Ausreißerbauernhof gibt, ist das dann so. Wenn ein Kind ausreißen will, und das will jedes Kind mal, dann schnürt es seinen Rucksack oder was weiß ich, und dann, dann legt es heimlich einen Zettel auf den Küchentisch, auf dem steht, bin ausgerissen zum Ausreißerbauernhof. Und dann? Blöde Idee. Nein, tolle Idee. Weil die Eltern oder Josefinetanten sich dann keine Sorgen machen brauchen. Weil jeder in der Stadt dann weiß, dass ich auf dem Ausreißerbauernhof bin und mich um die Kinder kümmere. Du, du bist doch selbst noch ein Kind. Aber ein Hexenkind, das ist doch wohl ein Unterschied. Allerdings. Die Eltern würden sich keine Sorgen mehr machen. Die Kinder müssten nicht mehr in kalten Garagen, ach, oder Heuschhobern schlafen. Alle hätten ihre Ruhe. Das hört sich gut an. Aber dieser Bauernhof hinterm Lärchenwald, der ist doch total heruntergekommen. Natürlich. Ist doch gut so. Dann haben die Ausreißer alle was zu tun. Wir können dann zusammen den Hof reparieren. Von oben bis unten. Abdichten, einrichten, basteln, bauen, werkeln. Das hört sich sehr gut an. Sehr gut. Aber es geht nicht. Ach, und warum nicht? Weil, 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 weil sowas noch nie da war. Da muss ich doch erst ein Gutachten wegen Bauzustand und ein Gutachten von der Jugendfürsorge und eine Kommission über, für und überhaupt nicht. Ja, natürlich eine, eine außerordentliche Sitzung und einen Extra-Termin, nachdem das Gutachten vorliegt, um darüber abzustimmen. Und dann... Ach, das ist alles sehr pürokratisch. Bürokratisch heißt das. Aber haben Sie in Ihrer Wahlrede nicht gesagt, dass Sie alles unbürokratisch, oder wie das heißt, regeln wollen? Ja, schon, aber das war vor den Wahlen. Soll das heißen, dass Sie nach den Wahlen Ihr Versprechen nicht halten? Nein, 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 nein. Nicht direkt, aber Sachzwänge. Du verstehst. Ich verstehe gar nichts. Ich verstehe nur, dass Sie wollen, dass sich die Erwachsenen Sorgen machen und dass die Kinder nicht wissen, wohin sie sollen, wenn sie die Nase voll haben. Gut. Ich bleib dann eben so lange hier in Ihrem Büro, bis Sie diese Gutachten und die Kommission und die unordentlichen Sitzungen und so weiter zusammen haben, ja? In meinem Büro? Natürlich. Ich mach es mir schon gemütlich. Passen Sie auf. Ene, mene, nett. Da steht jetzt Bibis Bett. Hex, hex. Ene, mene, mul und da mein Kuschelstuhl. Hex, hex. Halt, 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 was machst du da? Du kannst doch nicht mein Bürgermeisterbüro in dein Kinderzimmer verwandeln. Kann ich wohl. Ene, mene, meine und da Holzbausteine. Hex, hex. Ene, mene, mehr und dort mein Teddybär. Hex, hex. Halt, stopp, nein, aufhören. Aber Bibi hört nicht auf. Sie denkt gar nicht daran. Sie hext munter weiter. Dem Bürgermeister steht schon der Schweiß auf der Stirn. Und wirklich, es sieht jetzt in seinem Büro aus, genau wie in Bibis Kinderzimmer. Spielsachen überall, angebissene Butterbrote, ein halbverfaulter Apfel, ein umgekippter Schulranzen. Bibi ist nämlich ganz schön unordentlich. Die Kuscheltiere, das Bett und so weiter und so weiter. Der Bürgermeister rückt seinen Bürgermeisterstuhl zurecht, spielt nervös an seiner Bürgermeisterkette und sagt endlich keuchend. Gut, gut, unbürokratisch. Aber Hex, erst mal alles wieder weg. Dann werde ich es regeln. Du kriegst den Bauernhof und meine Erlaubnis und alles, was du willst. Nur, verschwinde von hier. Aber gern. Ene Mene Moor, alles wie zuvor. Hex, Hex. Gott sei Dank. Ist bei meinen Akten noch nichts durcheinandergekommen? Nicht mehr als vorher. So, also dann werde ich mal. Äh, Moment noch, Moment noch. Wie ich dich kenne, gehst du doch sicher damit zur Zeitung, ja? Hm. Wenn du vielleicht freundlicherweise erwähnen könntest, dass das alles meine Idee war. Nein, kommt nicht in Frage. Aber ich kann ja erzählen, dass wir beide uns das ausgedacht haben. An einem gemütlichen Sonnabendmorgen. So, komm Kartoffelbrei. Los. Tschüss Bürgermeisterchen. Bis bald. Kommen Sie uns mal besuchen. Auf dem Ausreißer Bauernhof. Ene Mene Mai fliegt los Kartoffelbrei. Hex, Hex. Wo ist denn die Akte Blocksberg? Da schreibe ich noch was dazu. Äh, ja. Setzt den Bürgermeister unter Druck. Verwandelt Büro in Kinderzimmer. Ah ne, das lasse ich lieber sonst. Fragt sich vielleicht später mal jemand, wieso ich mir das habe gefallen lassen. Das frage ich mich allerdings auch. Und während der Bürgermeister noch vor sich hin brubbelt, landet Bibi schon auf dem Dach vom Pressehaus. Sie klettert durch die Dachluke, klemmt sich Kartoffelbrei unter den Arm und wandelt durch die langen Gänge. Bis sie an eine Tür kommt, hinter der lautes Schreibmaschinen geklappert zu hören ist. Und an der Tür klebt ein Schild. Carla Kolumna, Reporterin. Und war auch dieses Theaterstück im kleinen Haus des Volkstheaters wieder ein Reinfall erster Güte, der dem unfähigen Schauspieler Otto M. Quack und dem noch unfähigeren Regisseur Gustav Schmierbühne zu verdanken war. Äh, ähm, das Stück war wirklich miserabel. Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Hallo, Frau Kolumna. Bibi, hast du mich erschreckt? Du hier? Das gibt ja wohl eine Extra-Ausgabe heute Abend, was? Die Theaterkritik kann ich auch später weiterschreiben. Wieso wissen Sie denn das, Frau Kolumna? Na, hör mal. Wenn du oder Benjamin Blümchen unser sprechender Elefant hier hereinschneiden, dann gibt es doch immer nur Sensationen. Also los, raus mit der Sprache. Gut, Frau Kolumna. Dann schreiben Sie, ich diktiere. Sensationeller Beschluss. Heute gefasst vom Bürgermeister und von Bibi Blocksberg. Der Lärchenwaldbauernhof wird zum Ausreißerbauernhof umgewandelt. Unter der Aufsicht von Bibi Blocksberg finden dort ausgerissene Kinder und Jugendliche Aufnahme für ein bis zwei Tage. Einzige Bedingung ist, dass die Kinder... Und Bibi diktiert und diktiert. Und Carla Kolumna schreibt und schreibt. Und hat bald ganz rote Backen. So toll findet sie Bibis Idee. Und dann rennt Carla Kolumna bis in die Druckerei. Denn schließlich muss die Sonnabend-Abend-Extra-Ausgabe noch rechtzeitig fertig werden. Und das wird sie natürlich auch. Bernhard, ich habe gerade eine Extra-Ausgabe vom Abendblatt in der Hand. Hör mal, da steht was von einem sensationellen Beschluss unseres Bürgermeisters und von Bibi Blocksberg. Meine Tochter. Und meine. Hör zu. Unter der Aufsicht von Bibi Blocksberg finden dort ausgerissene Kinder und Jugendliche Aufnahme für ein bis zwei Tage. Einzige Bedingung ist, dass die Kinder sich verpflichten, den Eltern einen Zettel auf den Küchentisch zu legen, auf dem nur ein Wort steht. Ausreißerbauernhof. Dann bräuchten die Eltern nur ein bis zwei Tage zu warten und die Kinder kämen nach Hause zurück. Na, sowas. Bibi hat es geschafft. Meine Tochter. Ich habe es ja immer gesagt. Und meine, wenn ich bitten darf. Guten Abend. Das ist ja toll, Bibi. Hier, das in der Zeitung. Großartig, wirklich. Gut, ne? Ja, die Eltern sind wirklich stolz auf ihre Bibi, dass sie das geschafft hat. Am Montag nach der Schule fliegt Bibi sofort zum Lerchenwaldhof. Ja, wen hat sie denn da hinten mit drauf auf ihrem Kartoffelbrei? Ist das nicht Marita? Aha. Die beiden haben sich also wieder versöhnt. Habe ich mir ja gedacht. Wäre ja anders auch ziemlich blöd. Halt dich gut fest, Marita. Mach ich doch, mach ich doch. Ist der das? Ja, da unten. Sieht ja wirklich reichlich vergammelt aus. Ach, wir kriegen das schon hin. Achtung, ich lande. Ene, mene, Brandung. Kartoffelbrei zur Landung. Hex, hex. So, da wären wir. Hm, schön ist es hier. Und die gute Luft. Mann, wo fangen wir jetzt bloß an? Ich weiß schon. Erstmal neue Ziegel für das Dach. Ah nein, das geht ja nicht. Warum denn nicht? Weil so feste Sachen, die immer bleiben sollen, nur sieben Tage halten, wenn sie gehext werden. Dann müssen wir die Ziegel eben verschieben. Aber Werkzeug können wir uns hexen. Das brauchen wir ja nicht lange. Und ich kann es immer wieder neu hexen. Guck Bibi, da stehen noch Farbtöpfe. Die sind echt. Prima. Los, wir fangen einfach mit Streichen an. Ene, mene, Insel. Wir brauchen schnell zwei Pinsel. Hex, hex. So, einen für dich, einen für mich. Los geht's. Und Bibi hext noch für sich und Marita Anstreichklamotten. Und dann legen sie los. Bibi ist natürlich besonders schnell. Sie steigt einfach auf ihren Besen, hält den Pinsel an die Mauer und lässt Kartoffelbrei ganz langsam fliegen. So streicht sich das Haus fast von allein. Knallrot wird es. Also, ich muss schon sagen, mit ein bisschen Farbe sieht der Bauernhof gleich viel schöner aus. Und so arbeiten die beiden jeden Nachmittag bis zum Wochenende. Das Haus ist ein richtiges Schmuckstück geworden, obwohl noch viel daran zu tun ist. Aber Material ist genug da. Von Vater Blocksberg haben sie inzwischen neue Ziegel bekommen und von Maritas Eltern ein bisschen Geld für noch mehr Farbe und für Teer, um die Ritzen in der Mauer zu dichten. Was jetzt noch fehlt, das sind einfach Arbeitskräfte. Also, weißt du, Marita, eins verstehe ich nicht. Was denn? Bisher ist noch kein einziges Kind zum Ausreißerbauernhof gekommen, obwohl Carla Kolumna schon vor einer Woche darüber geschrieben hat. Ach, Bibi, nun warte doch mal ab. Na, wenn du meinst. So, ich nagel jetzt das Schild dran. Ausreißerbauernhof. Sieht es nicht schön aus? Lila und gelb. Doch, witzig. Bibi, Bibi, guck mal, da kommt einer. Aber der sieht nicht ausgerissen aus. Ach, Tommy. Hey, Tommy. Huhu, hallo. Na, wie gefällt es dir? Toll, Bibi. Ehrlich, ich wollte dich mal besuchen kommen, ohne Ausreißen. Einfach so. Kann ich euch helfen? Klar. Da drüben wollen wir einen Gartenweg anlegen. Kannst du mal die Steine sortieren? Ja, ich fang gleich an. Hallo, bin ich hier richtig auf dem Ausreißerbauernhof? Sicher. Wer bist du denn? Du bist bestimmt ausgerissen, was? Mit dem riesen Rucksack? Ja, äh, aber ich hab einen Zettel auf den Küchentisch gelegt, wie es verlangt wurde. Gut. Kannst du Betten bauen? Wie denn? Da drüben liegen Bretter und Nägel. Versuch's doch mal. Oh ja, Schreinern wollte ich schon immer mal. Ach, ich, ich hab einen ziemlichen Hunger. Essen wird um sechs gehäckst. Ähm, serviert. Bis dahin kannst du dir ja ein paar Äpfel vom Baum holen. Toll. Guck mal, da kommen noch zwei. Tag, ich bin Claudia. Und ich, Ulli. Ich glaube, hier sind wir richtig. Wir brauchen mal Erholung von unseren alten, äh, Eltern. Die waren so doof zu uns. Können wir helfen? Sicher. Bibi, was meinst du? Sollen sie mit Holzhacken anfangen? Gute Idee, Marita. Wir brauchen eine Menge für den Winter. Nun sind sie also schon zu sechst. Aber das ist nur der Anfang. Nach einigen Stunden werkeln schon 20 ausgerissene Kinder mit Bibi, Marita und Tommy am Haus herum. Mit so vielen Helfern geht es natürlich gut voran. Abends um sechs sind alle rechtschaffen hungrig. Bibi hext einen Riesenberg Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Und pünktlich um acht liegen alle in den Betten. Aber geschlafen wird noch lange nicht. Bibi liest Gespenstergeschichten vor. Marita spielt Klauen. Tommy spielt auf seiner Flöte. Und später erzählen sie alle durcheinander, was bei ihnen zu Hause so los ist. Tja. Und am nächsten Morgen geht es nach einem leckeren Frühstück weiter. Basteln und bauen und werkeln und umgraben. Bis um zwölf Uhr plötzlich ein paar Autos den Waldweg herunterkommen. Hier Bibi, guck mal, wir kriegen Besuch. Ach du liebes Bisschen. Lauter erwachsene Menschen. Ih, was haben die denn hier zu suchen? Oh, Bibi Blocksberg. Ein Foto bitte. Danke. Mein lieber Herr Landrat, wenn ich Sie hierher bitten dürfte, noch eine Aufnahme, Frau Kolumna, bitte sehr. Hier sehen Sie also das neueste Projekt unserer Stadt, den Ausreißerbauernhof, den ich unbürokratisch heute seiner Bestimmung übergeben möchte. Und jetzt werden wir mit einer Flasche Sekt, die wir an der Tür zerschlagen, den Ausreißerbauernhof für eröffnet erklären. Wunderbar, Herr Bürgermeister, wunderbar, danke schön. Und jetzt noch ein Foto mit Bibi. Wenn es ja unbedingt sein muss. Hier, zu meiner Linken, die kleine Hexe Bibi Blocksberg, die gemeinsam mit mir in tagelangen Besprechungen die Idee zu diesem Projekt entwickelt hat. Gar nicht wahr. Zehn Minuten hat es gedauert. So sieht es nach mehr Anstrengung aus. Noch ein Foto bitte. Ja, danke. So. Und wir verabschieden uns wieder. Sehr beeindruckend, Herr Bürgermeister. Wirklich. Ein Beispiel fortschrittlicher Sozialarbeit. Mein Glückwunsch, Herr Bürgermeister. Danke, danke, mein Verehrter. Danke. Ich glaube, die Spinnen. Ärgere dich nicht, Bibi. Erwachsene sind nun mal so. Außerdem lesen sie gerne was Aufregendes in der Zeitung. Weiß ich ja, Frau Kolumna. Aber einfach so reinschneien. Hier ist Erwachsene nämlich der Zutritt verboten. Ach, das ist ja sehr interessant. Das muss ich mir sofort notieren. Für meinen Sensationsbericht. So. Und jetzt lasse ich euch allein. Viel Spaß noch. Ach, da möchte man ja auch noch mal Ausreißer sein. Hey, Herr Bürgermeister, warten Sie doch. Könnte man nicht auch mal einen Hof für ausgerissene Erwachsene ins Auge fassen? Halt, ich will auch noch mit. Manu, gut, dass die wieder weg sind. Unsere schöne frisch gestrichene Tür stinkt von dem Sekt. Uns ist Limo lieber was. Kommt, wir hexen uns jetzt Limo. Ene mene Wachparade. Hier steht ein Krug voll Limonade. Hex, hex. Mh, lecker. Danke, Bibi. Noch mehr. Oh, bin ich durstig. Mir auch noch. Ja, es ist wirklich toll auf dem Ausreißerbauernhof und er wird von Woche zu Woche schöner. Immer mehr Kinder kommen aus der Stadt und aus der Umgebung. Nach einer Weile wird noch ein Gartenhaus dran gebaut und die Scheune abgedichtet. Ihr seht, alles hat sich zum Guten gewendet. Übrigens, Bibi macht ihre Hausaufgaben inzwischen wieder, jeden Tag, sehr ordentlich und ganz ohne Hexen. Das findet sie doch besser. Und so ist die Lehrerin auch nicht mehr sauer auf Bibi. Und sonst? Sonst ist, wie so schön heißt, alles in Butter. Sogar die Maiskolben, die Bibi und ihre Ausreißerfreunde vom Nachbarbauern geschenkt gekriegt und die sie in großen Töpfen gekocht haben. Noch jemand ohne Maiskolben? Noch jemand ohne Maiskolben? Ich brauche noch mehr Butter. Ich auch. Butter für Meis. Danke. Ich sage es ja immer. Ene mene Mutter, alles ist in Butter. Hex, hex. Tja, wenn alle lachen und alles wirklich so in Butter ist, dann kann ich ja gehen. Friede, Freude, Eierkuchen, alles eitel Sonnenschein. Euch wünsche ich auch ganz viele Eierkuchen und so, falls ihr Maiskolben nicht mögt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.